Ihr könnt Premium gewinnen. Und zwar werde ich jetzt einen Monat lang Daily-Videos machen. Das bedeutet vom 2. Mai bis zum 31. Mai. In diesen Videos wird insgesamt 6x Premium verlost. 3x Premium wird übrigens von GOMMA, der der Internet-Server gesponsert. Deswegen nochmal vielen Dank der Hersteller. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur einen Kommentar unter diesem Video hier zu verfassen. Am Ende werden zufällige 6 Videos von diesen 30 Videos rausgesucht. Und dort wird auch mit einem YouTube-Random-Picker einfach ein zufälliger Kommentar rausgelegt. Wie gesagt, insgesamt 6x einen Monat. Das einzige, was ihr dafür tun müsst, ist einfach euren Ingame-Namen auch mit in die Kommentare zu schreiben. Und abonnieren... Seinen LOL. Auf geht's! I'm here to change up the game Can't lock me up in a cage I should be on center stage Popping up like I'm champagne Every show is so insane I'm deep in the game 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 Fuck all the money and fame I'm gonna keep doing my thing I hope you like I'm Drake Yeah Yeah Jump in the base And go and go and go GoTexer, you're right I'm not gonna be in the game GoTexer, you're right GoTexer, you're right GoTexer, you're right GoTexer, you're right Yeah 100 100 GoTexer, you're right GoTexer, you're right 140 140 Yeah, both GoTexer 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 MoTexer GoTexer GoTexer My build My build GoTexer 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 Ich zeige dir einen HFQ-Stack hinten raus, siehst du? Danke, Mails! Ich rieche dir einen HFQ-Stack hinten raus, siehst du? Oh, ich rieche dir einen HFQ-Stack hinten raus, siehst du? Wenn du Schafer auskommst, bist du da. Blöcke jetzt sie bitte. Ja die 10 oder so da war ich nicht dabei. Nur 10 Stück. Alles aufschließend. Dann legt ihr ihm noch nen Schafer nachher. Legt ihr ihn auf jeden Fall noch nen Schafer rein. Aufschließend. Fünf Schafe. Wurst denn das vierte hier? Ja, das ist einfach. Noch mehr Eisenschmerz und einen neuen Bogen, ja? Ja. Jetzt schwebt so zweihestige Blöcke vor mir. Hä? Hast du schon so selbst gebaut? Ja, hab mal da. Höchstest 130. Höchstest 13-30. Das ist eine, danke dir. Ab undVIDE. Und was? Dann ist wieder einer? Er hat was, war der Klanger geschockt. Das war's richtig, das muss ich sagen. Jetzt kann ich wieder nichts werden, da hat er aber, dass dieser eine Weg zum Weg... Ah, entleg nicht... Er erzählt, was er denn zurückerzählt hat. Was hast du gesagt, Guco? Ey, in der Theorie könnte ich so EP in der Fresse werfen. Mit welchem Gold? Haben wir nichts gespart? Nein, ich hab doch gesagt, ich hab ja eigentlich schon mal rumgemacht. Okay. Ein 13 auf 280 Schuss. Wir sind unten. Weil du jetzt besser echt so dankbar war. Ja. Wir sind unten. Wir pushen zu zweit unten, oder? Wimms, du hast einen 13. Dann würde ich noch auf 10. Und die hatten einen Abzug? Wimms oder mir? Wimms. Ja, die pushen mich zu zweit unten, die wollen irgendwas machen. Ich hab die genug Geld für den Mobile. Ich brauch nicht verlieren. Mach Mobile, die haben keinen Mobile Schutz. Also keine Leiter dran. Ein 2T Battery. Leute, ich hab die unten richtig. Ja, unten sind aber gar nicht. Luca, tröpf ihn in der E10. Hä? Der ist ein Mobile, der hat keine Leiter an der Leiter für den Mobile Schutz. Der Beste ist generell los. Hector, kannst du denn mal irgendwie spälen? Das ist doch kein. Du hast ihn doch einfach so. Ja, wenn er doch ein anderer ist, oder was? Ja, der stand so weit weg von dir. Ja, der stand so weit weg von dir. Natürlich. Der ist dann ganz links eingebaut. Ja, der kommt jetzt noch ein zweiter. Er trennt halt zurück. Ja, wir müssen es noch machen. Schau, wenn der jetzt geht. Hast du das Ding ins T-Mobile? Und dann kommt jetzt wieder nach. Und dann kommt jetzt wieder nach. Ich höre, jeder wirft bei dieser Basel EP vor, weil ich das Texte echt nicht. Mit Adop hier zu inkompetent. Mein rechtet halt nicht mit diesem komischen Mann. Er ist aber schon verlangt, dass er bekannt hat. Er hat drücken zwei Shots. Dann ist es auf Schichten weg, sagt keiner, der es nach vorne nimmt. Jetzt ist noch ein 2. Draug. Ich verwarte, fühle dich auf EP Stärken, wie können die dann zurück? Niederkratz-Kollektus. Kannst du auch nicht noch ein bisschen gut sein? Uns fällt auch gerade auf Schichten. Auf Schichten alle down. Texer, bei deiner Welt ist es ja richtig gut, wenn du unteren willst. Und du könntest einfach zurückbauen. Nein, ich will, dass wir zuhause sind, weil ich kann auch nicht sehen. Jetzt freue ich mich an, zu wem ausgehen, was du gut bist. Naja, mein Mauskabel rutscht immer an meinen Kabelkanal wieder runter. Ich hasse es. Ich kann noch mal bitte reinlegen. Weil die jetzt sagt mir, wenn man da kommt. Was ist diese Line-Bahn? Solche? Hinten drauf. 118. Okay. Auf. Unten kommt einer, Nonico. Was ist mit einer? Oh mein Gott, ich wäre gerade fast runtergelaufen. Ja, das war ja schon ein Doppelgang ohne Dating. So unsicher. Ja, der unter dir hat schon einen Shot. Das würde ich gerne, ich wäre gerade einfach fast runtergelaufen. Die Wall muss da weg. Kreiseisen für Btw. Wie? Ja, Junge, das ist so ein Böse bezahlt. Das ist auch so. Und wieder einer, aber das ist ein Böse. Ja, Junge, das ist auch ein Böse. Voll die Kuh, Monico, hast du nicht. Nee, ich weiß nicht. Äh, halt nicht gut. Ja, die Kuh, glaub ich. Na, egal. Er hat immer noch ein Böse. Wie hast du das? Ja, ich glaube, zwei. Zwei, hätte noch geflossen. Er hat zwei Blöcke weiter runtergelaufen. Noch einer, noch einer. Einen habe ich. Ich glaube, das war der, der von dir ist. Ja, das Glied war das, der ist von links. Von dir abgelaufen. Ja, genau. Ja, genau. Der Teichstör ist immer bei mir. Äh, Spillico, Liegen. Oder was? Hm, was ist das? Hätt die zwei, oder? Ich glaube, zwei, oder? Zwei. Jetzt ernsthaft? Äh, ja, also. Ja, jetzt, 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 los. Sind die kleinen Kinder wieder dran? Ja. Ja. Cool. Sehr, sehr cool. Die freuen sich grad, wir hätten so ab, die Typen. Nein, wir wussten, wir streamen da vorne. Ey, es ist so lächerlich, ne? Gott, die hat mir in dem Moment geschrieben, bye, bye, baby. Hä? Hä? Dicker, ist ja nicht Clan-Zap? Ja. Warum macht der das denn? Ja, weil er, weil er nicht vor war. Ist halt so lächerlich, würden wir das easy gewonnen. Wird denn das easy gewonnen? Wird denn das easy gewonnen? Wird denn keine Chance? Ähm. Timeout. Ich bin komplett vom Server getimed. Ähm. Ich hoffe.